Ich bin froh, dass der vorbei ist. Wann möchtest du denn morgen aufstehen, Schatzi? 6? Okay. Das Handy behalten wir auch hier. Gute Nacht. Bis morgen. Ich habe geschlafen, als ob es zwölf ist. 0, 0, 0, 0. Der Wecker, der spinnt. Scheiße. 8 Uhr, Schatzi, wir sind viel zu spät. Scheiße, kaputt. Schlimmer kann es ja nicht werden. Jetzt kann ich endlich meinen Espresso trinken. Es war ein komischer Tag. Scheiße, auch das noch Scheißtag heute. Ich bin dein zweites Ich. Und ich weiß, da gibt es noch was. Applaus Vielen Dank.